Wo sind wir hier? Hä? Aber hier nicht bei mach wat de willst. Putsch! Mach noch mehr Plusten, du. Puh! Ist aber mal Feierabend, Fräulein. Ups! Ja, mach mal sauber. Aufgeräumt ist. Oh, kannst du dich auf... Ja, guck. Plusterhühnchen. Meine Güte. Und da bleibst du weg. Schluss jetzt. Finish. Die bleibt da drunter. So. Hey, ihr macht hier Sauerei, ihr Vögel. Ja, puh! Schlimmer wie im Zirkus hier. Putsch! Wie bitte? Oh, wie sich die aufplustert. Guck mal. Oh, Jule! Meine! Guck, guck, guck. So. Komm her jetzt, Schluppi. Okay? Ja? Und außerdem, wenn die Türe zu ist, ist die zu. Kapisch? Hallo? Hallo? Hörst du mir zu? Puh! Ich hab nicht den Satz, was mir über die Schnüss fahren. Also. Nach dem Motto, kannst du erzählen, was du willst? Ne? Und jetzt... Komm jetzt mit mir mit. Geh. Komm mit mir mit mir. Jetzt ist Schlupps hier. Papa muss was in der Küche tun. Hopp! Super.